Hallo und herzlich willkommen zurück bei Uncharted 4 Among Thieves. Warum sage ich das? Am Ende einer Folge Raff ist es immer, aber am Anfang einer Folge Raff ist es nicht. Als Thieves End ist das. Wir sind zurück, wir sind hier unten in der Kathedrale, also nicht in der Kathedrale, wir sind unten in dem Ding von Avery, unter dem Grab, also so gesehen. Und ich kann echt gerade mich nicht ausdrücken. Ich lasse es lieber. Ich sage einfach, wir müssen zur Kathedrale, weil unser Weg führt uns dorthin. Und auf dem Weg werden uns jetzt da oben Averys Männer natürlich erwarten. Das ist natürlich klar. So. Hopp, hopp, hopp. Hm. Hier ist ein bisschen hohes Gras. Das könnte ich nehmen. Hier ist eigentlich gar nicht so verkehrt, sich durch das... ...durch das hohe Gras zu schleichen. ...durch das hohe Gras. ...durch das hohe Gras. Okay, tschüss. Verdammt, Schietze. Ja, ich probiere mal, den Tod zu schwingen. Ja, ich probiere mal, den Tod zu schwingen, weil ich glaube, es macht mehr Sinn, wenn wir es probieren, mal echt bis hin. Ja. Jetzt kommt der da oben lang gelaufen. Und jetzt hier runter. Wie kommst du ja schon her? Ja. Ich glaube, das macht am meisten Sinn. Erstmal wegkriegen. Kommst du in meine Nähe? Ja. Was interessantes? Hier ist alles sauber. Wie kommen wir jetzt am dümmsten weiter? Alter, das ist viel zu viele. Hier. Die werden wir aufschrecken. Sophie steht fest, die werden wir aufschrecken. Wir müssen warten, bis der wieder weg geht, was sonst wird der in die Nähe wieder reingehen. Sophie steht fest. Was ist los? Was ist los? Was auch immer es war, es ist weg. So ein Glück gehabt. So ein Glück gehabt. Und lauf. Okay. Oh, das ist ein Name. Okay, das ist ein Name. Okay. Wir sind am Ärschle. Oh, verdammt. Ähm. Okay. Das wird nichts mit schleichen. Nein? Oh, verdammt. und die hat ihn wohl aus einem fünften stock er hat überlebt er sollte drei kräuter machen die auktion war voll bewacht nicht von schorlein nicht von unseren jungen ich habe ja nur wenn die karte nicht von unseren schenken aber wir sollten sie auch nicht übermäßig zu machen was denn? ich dachte der zeigt mir irgendwo ist ein Weg nen Weg ... ... ... ... ... ... ... ... ... ich halte mir trotzdem wie wie möglich leise aus ... 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 Schieße! Ähm, regt mich bitte um. Tschüss. Weil ich will das echt mal schaffen, ohne dass es schon wieder in eine totale Schießerei ausartet. Das muss doch möglich sein. Moment, da drüben ist was. Wo sind wir? Verdammt, stimmt, den haben wir ja mal. Nichts. Scheiße. Ich hab sie hier! Fütterungsdruck! Und... Dann... Ich probier einfach mit Klettern. Oh Gott! Oh Gott! Ich dachte wenigstens, wir können uns ein bisschen hier schleifen und fortbewegen. Aber nicht alles umbringen, was hier kreucht und fleucht. Oh man! Oh man! Das kann ich mir nicht angucken! Das ist das Problem. Wunderbar! Also ich schenke mich die Klettern. Ich hab's nicht so kurz gebaut. Ja, schon mal die Klettern. Hast du mir das mal raus? Okay. Nein! Wir sind jetzt hier! Ein letzter SGB! Wir sind hier! Okay, sprallen sie jetzt alle weg hier, ganz ehrlich, es geht mir auf den Sack. Okay, und rollen, und nachladen. Okay, jetzt holen wir uns hinterher noch. Kann der mal langsam draufgehen da oben? Kommen die da alle her! Hier! Oh man! Ich hasse das! Okay, das Geile ist ja, sobald du auf die aufschreckst, werden das ja immer mehr! Ja! Ja! Okay! Okay! Wo sind die? Ich seh keinen mehr! Okay! Okay, wir hätten es eh nicht durchschleichen können! Wir müssen ja dieses Tor hier öffnen! Okay! Okay, wir hätten es eh nicht schaffen können! Sehr schön! Auf geht's! Auf geht's! Wie geht's dir? Toll! Ich hatte auf den Schatz gehofft! Aber so einfach ist es wohl nie! Was? Meiner Erfahrung nach nicht! Und da war dieses coole Sternbild-Ding! Ja, das war cool! Okay! Ich glaub da müssen wir zufälligerweise lang! Oder? Ja! Oh! Okay! Kann man nicht umwerfen! Ich dachte das sind diese gummischen Säulen von denen im Statistikmenü Gerede war! Aber war es nicht! Okay! Dann runter hier! Oh! 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 Ich hab auch schon das Gefühl, dass wir viel für viele Schätze liegen lassen haben! Da haben schon ein ganzes Stück keinen mehr gefunden! Komm! Komm! Hier liegt wohl ein Schatz! 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 hier unten komm ne ok ist auch keiner gewesen da will Avery uns sehen tja, was Avery will, bekommt er auch ne Tagebuch reintragen Deftraps, Deftats, Profit, Deftrip, ja ist alles ne Deftrip, würde ich sagen ähm, sehr gut ich muss es doch irgendwo noch oh, Mensch ups, Schatz geben sieht aber nicht so aus, als würde mein Schatz finden äh, schade eigentlich ja das, was ich auch mal gemacht Junge, wie sieht's bei dir aus? hey, Sully wir sind auf dem Weg, aber der Schatz ist näher an der Kathedrale als gedacht oh, Mann und was soll ich machen? bleib startbereit wir sind bald zurück mach ich wend dich wieder mach ich ok ok ah nice nice, nice schöner Haufen Steine warum gibt's hier keine Schätze, Alter? ich hab euch die Panik gerade für Schätze übersehen ohne Ende Schätze, Schätze, Schätze Schätze übersehen ja da können wir den Haken an Balken und so da oben das wurde doch nicht von den Mönchen gebaut nö, wollte das auch nicht mö, sieht mir nach Piraten aus ganz genau ok aua ah, klar gerade du solltest die Auszeit genießen niemand von uns will noch ein Portmoos wie ein Warnboch wie wär's mit Klappe halten, wenn ich dabei war, ne? für die Krote ist heutzutage alles gleich ein Massaker wir brauchen diese Art Presse nicht wir brauchen keine Rivalen, die uns die Arbeit wegnehmen weißt du was? vergiss es was fängst du damit an? ich sagte, vergiss es wie du willst ihr wisst ja, was das heißt es ist Folgenende let's play man schautet für hier The Thieves End Ended Here also zumindest die Folge also bis zum nächsten Mal favorisiert bald und abonnieren uns und kommentieren